Ich habe gedacht, ich bin durch damit, Musikerin zu sein. Wenn schon eine Frau im Radio zu hören ist, dann sagt das Label auch, nee, wir haben doch gerade die andere dort schon. Als ob sie nichts ändern können dran. Ich liebe diese Ausreden. Sie ist Inspiration und Empowerment pur. Und warum, ich glaube, das werdet ihr alle wissen, wenn wir mit ihr ein bisschen durch den Kiez gelaufen sind. Hi. Hi. Du hier? Ja, du hier. Sag mal, möchtest du mit mir gehen? Bitte, endlich frag mich mal jemand. Dann let's go. Ich habe unfassbar schöne Sachen über dich lesen dürfen und ich glaube, ich möchte, dass das ein paar mehr Menschen wissen, was du alles Schönes Empowerndes machst. Und ich glaube, wir sind ja in der Social Media Welt gerade angekommen, deswegen würde ich direkt damit starten. Du hast etwas Tolles ins Leben gerufen, den Hashtag MusicWomensWednesday. Magst du mir erzählen, was das auf sich hat? Ich habe selber eine Aktion mitgekriegt aus dem Theater, wo SchauspielerInnen sich gegenseitig getaggt haben und auf die Art und Weise aufeinander hinweisen wollten. Da habe ich gedacht, das müsste es doch eigentlich auch für die Musik geben. Es gibt so viele tolle Künstlerinnen, die ich kenne. Und ich möchte so gerne, dass die auch gehört werden. Und ich hatte plötzlich die Idee, wir können uns ja alle gegenseitig einfach covern. Ja. Und habe also mir drei MusikerInnen aus meinem Umfeld ausgesucht, habe jeweils einen Song von denen gecovert und habe sie damit nominiert, auch wieder drei MusikerInnen aus ihrem Umfeld zu nehmen, die sie covern, damit die dann wieder die nächsten drei Covern. Ja. Also um ein bisschen Aufmerksamkeit für diese MusikerInnen zu schaffen. Das war in Corona-Zeiten halt. Es gab einfach keine Auftrittsmöglichkeiten mehr und ich dachte so, trotzdem wollen alle so gerne sich präsentieren und zeigen. Und so, wie will man ein neues Publikum erreichen, wenn man überhaupt keine Plattform hat, über die man die erreicht. Und deswegen habe ich gedacht, man covert halt andere und kann damit sein eigenes Publikum auf die aufmerksam machen. Das war meine Idee dahinter. Läuft die Aktion denn noch? Nein, sie ist tatsächlich, na ach puh, ein paar Wochen später war sie dann auch wieder, war das Thema irgendwie gegessen. Also ich muss sagen, es ist auch echt herausfordernd geworden. Es war eine Challenge und die war einfach ein bisschen zu challenging, glaube ich. Ich habe, glaube ich, pro Song bestimmt an die 16 Stunden oder sowas rein investiert, bis ich diesen Song von meinen Kolleginnen drauf hatte. Und ich glaube, viele haben sich dadurch so ein bisschen abgeschreckt gefühlt. Deswegen hat es dann irgendwann auch gehört. Da müssen wir eine Delight-Version einfach wieder machen, damit MusikerInnen weiter sich gegenseitig empowern können. Easy macht aufeinander aufmerksam und teased vielleicht einfach die Songs gegenseitig ein bisschen an. Ich glaube, das wäre eine schöne, schöne Inspiration. Ich habe in einem Interview in Female Voices gelesen, dass du gesagt hast, dass du 2014 mal gedacht hast, das war's jetzt mit dem Musikmachen. Ja. Ich glaube, du hattest eine Schreibblockade und hast auch wirklich gesagt, ich sehe nichts sinnstiftendes mehr im Musikmachen. Ja, tatsächlich. Ja, ich habe gedacht, ich bin durch damit Musikerin zu sein und muss jetzt was Sinnvolles machen und sinnvoll erschien mir damals, dass ich Umweltaktivistin werden sollte 2014 und habe dann ein Studium in Holland begonnen, Wasserressourcen Management, also ein Masterstudiengang. Ich habe vorher sowieso schon Umweltschutztechnik studiert gehabt, eben habe mich dann für die Musik entschieden, habe dann aber doch wieder das Gefühl gehabt, na ja, vielleicht dann doch jetzt wieder das mit der Umwelt. 2025 ist die Deadline für meine Masterarbeit, aber 2016 kam so wieder das Gefühl zurück, dass ich doch Lust habe Musikerin zu sein. Also tatsächlich damals war es so, es kamen keine Songs mehr aus mir raus. Ich hatte das Gefühl, ich habe gar keine Musik mehr in mir, also bin ich einfach nicht mehr Musikerin. 2013 stand eine Tour, also für 2014 an und ich habe keine Vorfreude gehabt und dann auf dieser Tour habe ich mich auch so erschöpft gefühlt irgendwie so. Also eben, wir standen vor 1500 Leuten im Huxley's in Berlin und das wäre so eigentlich so ein Wow, 1500 Leute hier bei diesem Konzert. Das hätte ja eigentlich so total super sich anfühlen müssen und ich dachte aber nur so, irgendwie bin ich es nicht mehr. Es ist aber total menschlich, dass wir Ups und Downs haben und ich glaube manchmal finden wir genau darin vielleicht auch wieder unsere Kraft oder den Sinn, weil du machst Musik, du bist da. Und ich glaube, zumindest weiß ich, dass du ja auch dann in kürzester Zeit geschafft hast, richtig krass nachzulegen. Mit einem Album, meinst du? Genau. Ja, also ich habe tatsächlich noch 2015, als ich dort angefangen habe zu studieren in Holland, das erste, was ich gemacht habe, war, dass ich mir bei der Nachbars-WG ein Klavier gekauft habe und insofern, also so richtig gebrochen hatte ich offensichtlich nicht mit der Musik. Aber so ab 2017 war so das Gefühl da, ich habe doch noch mal Lust, ein Album zu machen und so ein Album, da hatte ich auch irgendwie plötzlich viel mehr Lust drauf, als darauf eine Masterarbeit zu schreiben. Und ich glaube, das hatte alles seinen Sinn, dass du vielleicht gewisse Wege dir mal angeschaut hast, um den anderen wieder zu finden. Was mich sehr interessiert ist, wie du vielleicht deinen Feminismus und die politische Seite mit deiner Musik zusammenbringst oder wie sieht dein Feminismus generell aus? Ja, also tatsächlich kommt der glaube ich nicht in meinen Liedern zu tragen, weil dieses Liederschreiben so aus einem anderen Space oder aus einem anderen Anteil in mir heraus entsteht. Aber das, was halt so Social Media betrifft oder eben nicht in der Zeit, in der ich nicht gerade auf der Bühne stehe, so da habe ich halt so ein Bedürfnis danach, mich einzusetzen. Also es ist losgegangen, 2018 war das glaube ich, dass die GEMA den Musikautorenpreis, damals hieß es ja noch Musikautorenpreis, inzwischen haben sie es geändert zum MusikautorInnenpreis. Die haben den verliehen und es waren 21 Nominierte und davon gab es 20 Männer und eine Frau. Also das war der Moment, wo ich gedacht habe, das ist so eine Schieflage. Und das kann ja nicht sein, weil für alle Kategorien gibt es natürlich auch Komponistinnen oder Textdichterinnen, die dort hätten nominiert werden können. Daraufhin habe ich gedacht, okay, vielleicht muss man denen ein bisschen auf die Sprünge helfen und habe selber einfach 30 Komponistinnen und Textdichterinnen eingereicht, damit die Jury nicht hinterher sagen kann, wir hätten gerne welche nominiert, aber uns sind einfach keine eingefallen. Deswegen habe ich... Ich liebe diese Ausreden. Ich weiß, dass du ja Mitgründerin bist bei Music Woman Germany. Genau, auf der Internetseite könnt ihr euch anmelden, www.musicwomengermany.de und da kann jede Musikerin ein Profil anlegen. Nicht nur Musikerin, sorry, alle Flinter im Musikbusiness können dort ein Konto anlegen und sagen, hier, ich bin FOH oder ich bin Lichtfrau oder ich bin, alles mögliche, Bookerin, Label. Alle Musikbranche, Flinter, bitte meldet euch bei Music Woman Germany. Finde ich unfassbar wichtig. Ich glaube, das Beispiel von dem Preis ist genauso ein gutes Beispiel wie die Aktion, die du ja gemacht hast. Du hast drei aufeinanderfolgende Tage die Playlists in Radiosendern gehört, von morgens acht bis abends acht und ich glaube... Ich habe mir die Playlists angeguckt, also im Internet stehen diese ganzen Playlists. Das heißt, ich habe die durchgeguckt, wie viele männliche Stimmen und wie viele weibliche Stimmen zu hören sind und wie viele Duette oder Trios und habe das alles aufgeschrieben und habe bei öffentlich-rechtlichen... Ich habe mir drei öffentlich-rechtliche Sender angeguckt und das waren so eben zwischen 60 und 70 Prozent Männerstimmen, zwischen 20 und 25 Prozent Frauenstimmen und der Rest waren Duette. Und dann habe ich angerufen bei den Radiostationen und habe mit den Programmleuten mal darüber gesprochen, warum das eigentlich so ist. Ja, so... Ach, ich habe das Gefühl, so die sind da... Die würden das gerne auch besser machen eigentlich, aber ich glaube, die fühlen sich alle so, als ob sie nichts ändern können dann. Also die von den Radios sagen, ja, wir kriegen das so von den Labels. Und tatsächlich habe ich auch von einer anderen Musikerin mal gehört, wenn zum Beispiel eine... Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das ausklaudern darf. Jedenfalls, wenn schon eine Frau im Radio zu hören ist und die gerade eine Single hat, dann sagt das Label auch, nee, wir haben doch gerade die andere dort schon gepitcht. Also das heißt, das Genre deutschsprachig... Ich glaube, das darfst Du laut sagen, weil ich solche E-Mails ja auch bekomme, mit ähnlichen Ausreden. Ja. Und weil wir das gerade schon hatten, brauchen wir das gerade nicht mehr. Ja, also es ist so, als ob... Ich glaube, das ist eine sehr traurige Begründung, weil es ist nicht mal eine Ausrede, weil Vielfalt ist wichtig und nicht eine Frauenstimme ist wie alle Frauenstimmen. Das ist halt eine große, große Ausrede. Ja. Also tatsächlich so, ich habe mir das auch noch mal ganz konkret angeguckt, deutschsprachig und Frauenstimme oder männliche Stimme, Es waren an dem einen Tag 14 männliche Stimmen deutschsprachig zu hören und keine Frau, an dem anderen Tag 13 und eine Frau und an dem anderen Tag 12 männliche Stimmen und zwei weibliche Stimmen. Ja. In deutschsprachig. Es ist wirklich so, wenn eine deutschsprachige Sängerin schon zu hören ist, dann genügt das an... Ja, ja. Also mehr Platz ist quasi nicht im Programm. Und das ist halt super absurd. Also eben, aber es ist Platz für 14 männliche Stimmen. Kommen wir zu dem Wichtigsten, was wir haben. Unsere Kinder. Und du hast einfach die Kinderbetreuungskosten mit in den Förderantrag bei Initiative Musik eingereicht. Ja. Und seit diesem Jahr ist das rechtens? Seit 2020 sogar. Genau. Ich habe die 2019 eingereicht und damals wurde mir noch gesagt, nee, sorry, können wir nicht mit reinnehmen, kann nicht mit abgerechnet werden. Und dann gab es aber eine Mitarbeiterin, die das dort bei der Initiative Musik halt in der Gruppe mal angesprochen hat. Und dann haben sie irgendwann ihre Richtlinien tatsächlich geändert. Und dann war der nächste Schritt aber, dass man das auch öffentlich kriegt. Weil sowas nutzt eine Information, wenn niemand sie hat. Und das hat ein bisschen gedauert, bis wir das umgesetzt gekriegt haben, dass es tatsächlich in die FAQs aufgenommen wurde, dass tatsächlich jetzt alle nachgucken können auf der Internetseite, kann ich Kinderbetreuungskosten mit einreichen. Und das haben wir jetzt geschafft. Und das ist ja nur eine strukturelle Veränderung. Aber was wäre in einer perfekten Musikbranche die strukturelle Veränderung, die du dir wünschst? Ich glaube, es gäbe einfach gar keine Branche, sondern man könnte einfach Musik machen und alles wäre schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns begegnet sind. Und ich glaube, bevor ich dich entlasse, würde ich gerne noch wissen, was du dieses Jahr noch vorhast. Ich habe dieses Jahr tatsächlich was ziemlich Großes vor. Nämlich ein Orchesteralbum. Im Dezember wird ein Orchesteralbum rauskommen. Im Dezember 2022. Ja, wir haben mit einem 80-köpfigen Orchester ein Album aufgenommen. Vielleicht bringen wir das komplette Orchester nächstes Jahr zum Reeperbahn Festival. Also wir kommen auf jeden Fall nach Hamburg. Entweder im April oder November. Ich weiß noch nicht genau, wann welcher Termin ist, aber wir werden mit diesem Orchester auf Tour gehen. Das ist sehr schön. Also ich würde mich freuen, wenn ihr Aline Cohen überall in den sozialen Medien mal auscheckt oder euch eventuell auch einfach anmeldet oder im Netzwerk dabei sein wollt. Und wenn ihr weiter die Hashtag-Challenge fortführen wollt, dann covert doch vielleicht einfach nur ein paar Sekunden oder die Hook oder den Refrain. Es geht ja gar nicht darum. Jeder, jede darf mitmachen. Ja. Feiert euch gegenseitig. Musik ist das beste Empowerment, was wir haben, weil die Sounds gehen einfach durch. Danke und mach einfach weiter, was du machst. Danke dir, Brix. Auf. Viel Spaß noch am Reeperbahn Festival. Dankeschön. Ciao, ciao. Cheers. Tschüss. Vielen Dank.